Auszeichnung für IDT Biologica. Wissenschafts- und Wirtschaftsminister Hartmut Möllring ehrte am Montag die IDT Biologica GmbH mit dem neuen Unternehmerpreis Aura. Mit dieser Auszeichnung für herausragendes unternehmerisches Wirken in Sachsen-Anhalt würde ich das Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft Firmen, die neue Wege gehen, querdenken, bestehendes Hinterfragen, innovative Produkte entwickeln und erfolgreich auf den Markt bringen. Der Preis wurde zum vierten Mal vergeben. Die IDT Biologica GmbH entwickelt und produziert Impfstoffe und Pharmazeutika im Bereich der Humanmedizin und Tiergesundheit. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 1.150 Mitarbeiter und unterhält Vertriebsniederlassungen in sechs europäischen Ländern.